Der nächste Redner in der Debatte, Ingbert Liebing für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich vermute mal, die Grünen haben diese Aktuelle Stunde beantragt, die Haltung der Bundesregierung zu TTIP zu hinterfragen, um uns vorzuführen, um die Regierung, um die Koalition vorzuführen. Aber wenn ich die ersten Auftritte nehme, Herr Hofreiter, Frau Wagenknecht, dann kann ich nur feststellen, wofür eigentlich dieser Antrag auf aktuelle Stunde. Der Erkenntnisgewinn aus Ihrem ersten Aufschlag ist gleich null. Das Einzige, was Sie geliefert haben, sind die Wiederholungen. Wiederholung ist die permanente Wiederholung von längst widerlegten Vorurteilen, die Sie hier schüren. Null Erkenntnisgewinn, platte Vorurteile, die Sie hier bringen, meine Damen und Herren. Es wird Ihnen auch in der Sache nicht gelingen, Bundesregierung oder Koalition vorzuführen. Das hat der Bundeswirtschaftsminister deutlich gemacht. Das machen wir deutlich. Dass wir mit einer gemeinsamen Position diese Verhandlungen auch begleiten und zu einem Erfolg führen wollen. Mir ist eins aufgefallen in der Diskussion, wo Sie völlig widersprüchlich argumentieren. Auf der einen Seite beklagen Sie sich über mangelnde Transparenz und sagen, es sei alles geheim, Verschwörungstheorien. Aber ich frage Sie, warum? Wie kommen Sie dazu, wenn alles so geheim wäre, jetzt schon fertige Ergebnisse zu bewerten? Wenn das alles so geheim ist, dann gibt es doch noch gar nichts, was auf dem Markt wäre. Tatsache ist doch, dass ganz viel auf dem Markt ist in der Diskussion, in der Diskussion, die wir überall führen, quer durch die Republik. Und die Diskussion ja auch über die einzelnen Sachverhalte mit Ihnen führen und Ihre Argumente schon längst widerlegt haben. Also eins von beiden kann nur stimmen. Entweder sind das alles Geheimverhandlungen, dann kann es noch gar nichts an Ergebnissen geben oder Fakten, die öffentlich bewertet werden könnten. Oder wir streiten eben öffentlich über bestimmte Themen, was wir ja auch tun. Aber dann ist Ihr ganzer Vorwurf der Intransparenz nicht richtig. Wir haben heute Morgen im Wirtschaftsausschuss ja auch Diskussionen zu dem Thema geführt. Viel sachlicher als die Beiträge von Herrn Hofreiter oder Frau Wagenknecht, weil wir uns um die einzelnen Sachverhalte gekümmert haben und vor allem auch darüber diskutiert haben, wo liegen denn eigentlich die Chancen und was ist eigentlich unsere eigene Zielsetzung. Wir haben die Diskussion mit dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages geführt, mit Herrn Dr. Schweitzer, der deutlich gemacht hat, dass es gerade im Interesse der deutschen Wirtschaft und gerade der mittelständischen Wirtschaft liegt, dass wir zu klaren Regeln im Welthandel kommen. Denn der Welthandel findet statt, ob wir es wollen oder nicht. Ja, ich sage auch ausdrücklich, wir wollen es, weil es in unserem nationalen, in unserem deutschen Interesse als Exportnation liegt, dass wir Welthandel haben. Aber dass wir die Regeln des Welthandels auch selber mitbestimmen. Und das ist jetzt die entscheidende Phase in diesen Monaten, in diesem Jahr. Die Amerikaner verhandeln doch nicht nur mit uns, verhandeln doch nicht nur mit Europa. Sie verhandeln auch mit anderen Staaten, mit asiatischen Staaten. Und die Frage ist, wer setzt die Regeln fest für freien Handel in dieser Welt? Spielen wir noch mit eine Rolle oder entscheiden andere? Ich bin dafür, dass wir mitentscheiden und mit auf dem Spielfeld sind. Im Interesse unserer deutschen Wirtschaft, im Interesse unserer Arbeitsplätze. Denn das sichert Wohlstand in unserem Land. Und deswegen ist das richtig. Ich will einen kurzen Aspekt noch aufgreifen aus den vielfältigen Szenarien, die immer in die Welt gesetzt werden, den Horrorszenarien, was jetzt Großes droht. Weil ich als kommunalpolitischer Sprecher ja auch alle Resolutionen aus den kommunalen Vertretungen auf den Tisch bekomme. Mit den Besorgnissen würde jetzt die öffentliche Daseinsvorsorge oder kommunale Selbstverwaltung ruiniert werden. Auch das liegt inzwischen transparent auf dem Tisch. Sowohl von der EU, das steht im Verhandlungsmandat, es gibt klare Erklärungen der Europäischen Kommission, auch der Verhandlungsergebnisse mit den USA, dass sich hier nichts, aber auch gar nichts verändert. Kommunale Selbstverwaltung wird nicht eingeschränkt. Die Daseinsvorsorge wird nicht in Frage gestellt. Selbstverständlich können weiterhin die Kommunen frei entscheiden, ob sie die Wasserversorgung selber machen wollen, ob sie sie privatisieren wollen oder nicht. Es gibt keinen Zwang zur Privatisierung. Es gibt keinen Zwang zur Ausschreibung. Dies ist alles klar und transparent geregelt. Und wer etwas anderes behauptet und weiterhin verbreitet, der tut es wieder besseres Wissens und versündigt sich genau an dem, was Sie doch einfordern, an einer offenen Diskussion mit der Bevölkerung, weil Sie Verunsicherung bewusst schüren durch unwahre Behauptungen. Das ist keine sachliche Diskussion, das ist verantwortungslos. Und damit werden Sie dieser wichtigen Aufgabe nicht gerecht. Und das haben Sie heute mit dieser Aktuellen Stunde auch noch mal unter Beweis gestellt. Schade für diese Zeit, die Sie hier dafür verbrauchen. Vielen Dank.